Wenn man hier eine Berührung vorgelegen haben könnte, das Rennen ist beendet, nicht nur weil das Auto im Kiesbett steckt, sondern weil natürlich da auch defekt vorliegt und hier kann man es auflösen. Bang! Eieiei! Ja, das ist aber nicht Tuni Seiler, muss man fairerweise sagen. Das ist die zweite Callaway Competition Corvette, Revolips und, jetzt im Steuer, Leonard Majonek. Das ist das Manöver hier, was für diese unglaubliche Verwirrung sorgte. Aber du hast es gesagt, Claudio Hötgen ist cool geblieben, das wusste man natürlich in dieser Situation auch. Dann gibt die Rennleitung endlich die blaue Flagge, und dann wurde die Situation entspannt. Aber das sieht man mal fast, das ist ein Auto für eine Kiesbett. Und wir werden ein 970er sehen, wegen des schönen Porsche Kiesbett. Ich vermute mal, also das ist ja der logische Grund, wegen Christian Engelhardt in Kies, also für die Schützmannschaft mit Christian Engelhardt und Nikolai Müller definitiv eine Saison zum Vergessen. Das ist ja der Grund für eine Saison der Kiesbett und die Saison der Kiesbett. Hier sind die Saison.